Hallo und willkommen bei vielblauem nichts Nummer 200 und 43 ist es, special Folge wenn man so will. Nein, mir geht es nicht so schlecht, aber ich hustet trotzdem relativ viel Grad wieder, aber egal. Gut, fangen wir es an, machen wir schnell gleich das weg, was einige Leute eh mitbekommen haben. Jupp, ich habe auch endlich mal Corona gehabt oder habe es vielleicht jetzt auch immer noch. Meine Eltern haben mich angesteckt, nachdem sie auf einer Konzertdarbietung waren. Also in dem Moment geht jemand aus dem Haus, kriegt er doch Corona. Ist halt doch so und wer immer mehr blöd kommen will mit, ist doch alles nicht so schlimm. Ja, es war nicht so schlimm, aber Masken und alles blöd und überhaupt, dann fickt es euch und haut ab bitte. Gut, also jedenfalls, ja, inzwischen geht es mir eigentlich schon wieder ganz gut. Und ja, ist halt noch ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen. Halsweh war ein paar Tage lang, das war das lästigste, das hatte ich exklusiv scheinbar, das haben meine Eltern nicht gehabt. Das war gerade beim Schlafen vor allem unangenehm, wenn man aufwacht und schluckt und dann tut es Aua. Ja, aber gut, und sonst ist halt mehr oder weniger. Also ich habe offiziell, da war ich am Sonntag beim PCR-Test und da war dann positiv. Ich habe ja gesagt, am Freitag war ich noch negativ. Ich traue diesem Schnelltest an diesen Containern jetzt nicht mehr, weil da habe ich auch schon Halsweh und Schnupfen und Husten gehabt. Schnupfen kam tatsächlich erst ein, zwei Tage später, ein, zwei Tage lang und dann war, habe ich halt verstärkt Tee getrunken und dann war eines nach zwei, drei Tagen war dann das Halsweh mehr oder weniger komplett weg auf einmal. Mehr oder weniger sofort und auf einmal, aber gut, ja. Also, was habe ich sonst noch? Wie immer, nächste Folge Material bitte, entweder in die YouTube-Kommentare oder an blam.h.catchwear.de. Das Ganze bitte bis Freitag, 18 Uhr. Das klappt ja ganz gut so eigentlich. Wettervorhersage sagt mir, diese Woche wird wieder eher ziemlich lally. Letzte Woche war ja wirklich ein paar Tage schön. Ja, es geht. Am Samstag ist es regnet, 17 Grad. Sonntag teilweise sonnig mit 21 Grad. Dann geht es weiter, wieder Regen, 16 Grad und dann wird es mostly und partly sunny. Ah ja, dann mal Claudi. 18, 19, 23, 21, 20, 17. Ja, das ist solider Herbstwetter, das kann man schon lassen. Könnte ich mir schlechter vorstellen. Gut, dann auch zur Info. Nächste Woche Videos gibt es natürlich, wie immer, zwei Eatings, zwei Drinkings und ein Import-Report gibt es noch. Da bin ich gerade am Organisieren von neuen Materialien. Wie gesagt, das passiert auch. Ja, Hust. Wie gesagt, ich werde hier ein paar Mal husten, aber es ist mehr so, weil ich heute auch verdammt viel geredet habe und es natürlich nicht unbedingt ganz perfekt ist, wenn man noch ein bisschen Reiz hat. Aber wird schon. Gut, ähm, gehen wir in die YouTube-Kommentare. Da hatten wir ein paar Nachzügler vom Tokio von seinen alten Social Eatings und Drinkings, die er noch nachgereicht hat. Nämlich zum Oishi Kartoffel, Ups, da muss ich mal um, Karoffelchips steht hier. Wasabi-Geschmack, habe ich mich vertippt. Das muss ich doch gerade mal gleich ändern. Das gefällt mir nicht. Ne, verdammt, ich habe die falsche Dinge angeklickt. Jetzt muss ich erst gucken, wie ich da hinkomme, wo ich hin will. Äh, Moment. Das ist immer irritierend. So, YouTube-Studio. Content. Meine Abonnentenzahl hält sich seit Pi mal da um einem Monat wacker auf immer dem gleichen Niveau. Das finde ich auch sehr interessant, wie das wohl zustande kommt. Äh, aber soll mir recht sein. Äh, könnte schlechter sein. So, die Kartoffelchips muss ich schnell zu Kartoffelchips machen. Hier, jetzt stimmt's. Kartoffelchips mit Tee, wie Teotor. Toll. Ähm, so, jetzt stimmt's. Also, er meint nämlich, Oishi ist japanisch und heißt lecker. Oi. Oi. Oishi. Und natürlich glaubt er sofort, dass der Boy-Grupp-Futzi diese Chips konsumiert und danach sich schön den Finger in den Hals schiebt. Ne, das muss ja nicht sein. Die sind doch ganz locker. Und nein. Pfui. Pfui. Wer sowas denkt. Pfui. Und dann zum Lotte Milkis meint er, äh, freut mich. Ihn freut sich, dass es mir auch gemuntert hat. Ja, das war ja nicht schlecht. Den Erdbeer-Kalbis fand er auch sehr lecker. Andere Geschmacksrichtungen hat er noch nicht probieren können. Kann sich auch nicht entscheiden, ob die Soda-Variante oder die normale ohne Blubber besser schmeckt. Das kann ich ja jetzt schwerlich vergleichen. Ich würde normalerweise sagen, ohne Blubber dürfte, müsste fast besser sein. Aber es ist natürlich bei, da fällt man, gibt's eigentlich Schwib-Schwab-ähnliche Getränke ohne Kohlensäure? Hm. Abgestandenes Schwib-Schwab, das ist aber okay. Naja. Hm. Aber so milchig angehauchte Dinge sind ja was anderes. Lotte scheint in Korea wohl sowas wie Nestle zu sein. Auf vielen Lebensmitteln und Getränken findet man die. Und zudem haben die an vielen Ecken im Land riesige Einkaufszentren, die sogenannten Lotte-Mails. Net Malls. Mails. Malls. Malls. Net Mails. Verdammt. Ähm, ja. Wieder was gelernt quasi. So, dann gucken wir mal. Der Rest ist, glaube ich, neue videobezogene Kommentare. Dann haben wir zum Bla, meint der MT-Lied, der Ullich, der Podcast-König. Und der Heinrich Inkel meint richtig. Nimm ich. Danke. Dann zum Import-Report, wo ich mich gerade vorab geguckt habe. Was hatte ich denn da drin? Äh, 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 äh. Ja. Schöne Mischung. Beim nächsten haben wir auch. Oh, beim nächsten ist es eine sehr schöne Mischung. Seht ihr? Ja, zwar nicht von den Systemen her, aber von den Titeln. Oh ja, wenn alles gut geht diese Woche, dann habe ich schon genug Material für eine neue Folge. Wow. Nee. Diese und nächste Woche. So rum. Ein Spiel ist schon in Leipzig angekommen. Es muss dann bloß am Montag wieder ausgeliefert werden erst. Das hat es mal ausnahmsweise wieder schnell geschafft. Äh, schneller. Die letzten Trekking hat wieder einen normalen Eindruck gemacht. Wobei DHL, also nicht Express-DL, hat mich die Woche auch schon hier und da gepiesagt. Nämlich eine Sache, die am Montag rausgegangen ist bei München. Hat immerhin dann auch nur bis Donnerstag gebraucht, bis es hier ankam. Das sind 50 Kilometer ungefähr. Und ich war in der Arbeit, hätte was ankommen sollen, was manche Leute am Donnerstag schon hatten. Das ist jetzt aber am Freitag hat mich keiner angerufen und gesagt, du, ist es da. Deswegen ist es wohl noch nicht da. Das ist ärgerlich. Da hoffe ich doch sehr, dass es klappt. Das ist nämlich nicht ganz unspannend, auch für den manischen Monat, wie ich inzwischen erfahren habe. Und deswegen hoffe ich doch, dass es jetzt bald mal auftaucht. Aber aktuell muss ich es noch abwarten und mal gucken, was dann geht. Jetzt muss ich gerade mal hier gucken. Was anderes, was mich interessiert. Ah, okay. Schauen wir mal. Ja. Nämlich mit der ominösen Freitagsmail. Da könnte sich diese Woche was getan haben oder nicht. Ich hoffe nicht. Weil dann wird es ein Zeichen, dass irgendwas nicht passt. Aber ich hoffe, es passt alles. Das werde ich aber vermutlich erst erfahren, wenn hier alles rum ist. Ja. Egal. Jedenfalls ein Paket, was nicht in der Arbeit angekommen ist. Was ich vermuten kann, nur dass da DHL halt... Ich meine, es kann auch sein, dass sie nicht alle gleichzeitig verpackt und geschickt haben, weil es größere Sachen sind, waren. Aber ich weiß es nicht. Ich habe heute niemanden erreichen können, der mir eine Trekking-Nummer hätte zur Verfügung stellen können. Deswegen muss ich jetzt sowieso bis Montag warten. Und dann werde ich am Montag wieder nerven und sagen, nee, jetzt nochmal. Wie schaut es aus? Könnt ihr mir bitte was sagen? Wobei, ich habe eine PR-Person erwischt, die mir nicht helfen konnte. Und ich habe gesagt, sie gibt den anderen Leuten Bescheid, damit die mal gucken. Aber da ist halt niemand da. Naja, blöd. Hasse ich sowas, aber es ist halt, wie es ist. Gut. Also. Import Report 12. Nachdem ich meine, deutsche Texte gibt es bei Fatal Frame in der Retail-Version leider nicht. Und Smashing the Battle Thunder für eine Runde zwischendurch überraschend kurzweilig. Ja. Das muss ich jetzt endlich mal spielen. Habe ich ja noch nicht gespielt. Wobei, es gab irgendeine Demo von irgendeiner Version auf der Playstation. War es vielleicht sogar das? Naja, gut. Ja, ist halt ein Hau drauf, Kloppi mit ansehnlicher Figur. Fatal Frame wundert mich jetzt nicht unbedingt, dass die in Asien nicht auch nur alle fünf westlichen Sprachen mit draufpacken. Aber, also, ihr müsst natürlich lügen. Hat das bei uns, deutschen Text? Das schaue ich mal schnell nach. Es ist mir persönlich natürlich total egal, weil ich es ja eh auf Englisch spielen würde. Und nach wie vor bin ich der Meinung, dass es auch nicht falsch ist, wenn man Englisch kann. Ja. Project Zero. Priesterin des schwarzen Wasser. Das Spiel hat einen deutschen Namen. Das muss ja aber nichts natürlich heißen zwingend. Deutsch, Englisch, Französische Bildschirmsprachen. Okay. Ist wohl so. Ja, also, keine Ahnung warum und weshalb, aber ja. Na gut. Okay, der Tokyo Mine. Der muss ja zugeben, dass er in der Vergangenheit in Japan ein Spiel, den ein paar Spiele einfach so mitgenommen hat, wenn sie a. ein hübsches Cover hatten und b. wirklich nur ein paar Euro kosteten. Kann man ja auch machen, klar. Metallic Child und Smashing the Battle würden in Kategorie A fallen, wobei die wohl selbst gebraucht noch ordentlich kosten. Äh. Das kann gut sein. Aber bei, äh, Smashing the Battle ist in Play Asia, ne, East Asia Software, die kriegst in Japan auch wahrscheinlich gar mal so ohne weiteres überall. Wenn überhaupt. Die gibt's wahrscheinlich, äh, bei Play Asia oder Partner Shops. Da fällt mir ja ein, ich hab ein Buch bestellen müssen bei Black Screen Records. Bin mal gespannt, wie das funktioniert, weil das, das hatte ich mal auf dem Radar, hab's dann vergessen und in England ist es schon vor Wochen gekommen und schon durchverkauft. Dann stand so ein Tweet, ja, aber unsere Partner auf Anderswo haben noch ein paar übrig. In Australien und Europa, also in dem Fall Deutschland. Äh, aber da steht's bei beiden noch auf Pre-Order, also noch haben sie es gar nicht da, was ich ein bisschen komisch finde. Das heißt, wo stecken die dann? So ein Buch, so ein, so ein Bildband mit, mit, äh, eine, eine Ode an die Handhelds quasi. Bin mal gespannt. Also die paar Seidchen, die ich gesehen hab, sagen ganz hübsch aus. Ich sag euch dann mal, was ich davon halte, wenn ich's mal irgendwann hab. Aber ich hoffe, dass es nicht allzu ewig dauern wird. Vor allem das Gute, es wird ja innerhalb von Deutschland dann verschickt. Naja. Gut. Wie auch immer. Von Project Zero hat er noch die Wii U-Version nur mal angespielt. Muss er echt mal richtig angehen, das denk ich mal auch immer. Das Lyrica-Doppelpack hört sich gut an. Japanische Songs gehen eigentlich immer gut ins Ohr. Äh, ja, wobei ich nicht sicher bin, ob es japanische Songs sind, wie gesagt. Ich glaub, da ist auch viel Chinesisch dabei oder so. Die Story ist auf jeden Fall um chinesische Charaktere. Das bin ich, also beim Ersten. Das Zweite hab ich zu meiner Schande kaum gespielt bis dato, weil wollte ich eigentlich immer und dann kam's halt wieder zu irgendeinem Zeitpunkt, wo es timing-technisch doof war. Aber das sind gute Dinge und, äh, auch wenn man's, glaub ich, inzwischen mit Controller spielen kann, das ist auf Touchscreen ausgelegt. Also, so unterhaltsam. So Musikspiele gibt's auf Switch ja doch ein Handvoll, so ein halbes Dutzend mit so Geschichten und das war echt gut. Und das gibt's eben als Retail beide zusammen auch nicht schlecht. Und Boys Love wird unterteilt in Shonen-Ei, Jungenliebe, welche eher harmlose Kost ist und Yoi, welches schon explizit dort zur Sache geht. Joa, Yoi. Ja, also im Spiel ist es ja sicher eher, äh, harmlos. Das ist, glaub ich, mal auch eher, also in dem da. Ja gut. Da MTLied immer tolle Dublik, man lernt sogar was dabei, das ist ja fantastisch. Schön, schön. Und, äh, Heinrich Hinkl meint Import Report wieder einmal sehr interessant. Das freut mich auch, dass das so gesehen wird. Gut. Dann kommen wir in die Konsum-Nie-Konsumier-Videos. Das erste war Ritter Sport. Buenos Dias. Weiße Manga Maracuja. Und, äh, MTLiede meint, die Experimentierte von Ritter Sport sind nicht immer gut. Und, äh, Turki meint, leider wahr. Meistens sind die Standardsorten deutlich besser. Ja, das ist oft und gerne mal so. Das stimmt schon. Wobei ich jetzt von Ritter Sport schon sehr lange keine Standardsorten mehr probiert habe. Aber es kommt mal anderswo auch so vor. Mhm. Dann war das erste Getrink. Oder habe ich mich da verklickt? Nö, habe ich nicht, gell? Ah, doch, ja. Ich habe ja die Getränke, die, 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 die Fanpost-Getränke sind ja durchgetrunken schon. Also das erste Katja Grazavice Jugamama, Jugamami, äh, Pfirsich. Ja, das war das erste. Da kommen noch welche. Wenn die Dose Folie auf dem Kopf hat, ist das dann ein Aluhut, meint der MT Elite. Ich nehme an, das bezieht sich auf irgendwas, was ich zu den Dirties gesagt habe. Gute Frage, das. Aber ja, äh, naja gut. Ein Getränk halt, ne? Dann gibt es aber ein, tatsächlich ein Fanpost-Eating. Da, das Orion Moguli Biskuit Red Bean Flavor, wo der Herr Tokio meint, rotes Bohnenmus schmeckt weniger nach Bohnen. Ist häufig einfach ein Schokoladenersatz. Das, das ist durchaus interessant oder so, ja. Äh, dann meint der MT Elite, wo liegt das Land China? Noch nie gehört. Das liegt neben Klugscheißistan, ja. Gell? Herr Experimentierte, ja. Gell? Ja, ja. Mit, mit, mit Steinenwerf, mh, gell? Und so weiter, ne? Der Tokio meint, muss irgendwo im Semmelland liegen. Ne, Semmelland ist wieder noch woanders. Semmelland ist super. Besser geht's kaum. Der Heiner Hinkel meint, lachsmiley, lachszenensmiley, lachszenensmiley. Und der MT Elite meint, was gibt's da zu lachen? Hm, tja. Gute Frage. Dann haben wir noch, und noch ein Trinking, das Maximal G Antriebsstoff, Blaubeer-Kokostaste. Wo der Steffen Mayer meint, mit Sicherheit das gleiche wie die Red Bull Limited Edition, die echt gut schmeckt. Äh, nö, denke ich nicht, weil, äh, also ich könnte jetzt, welche Limited Edition von Red Bull, da gibt's ja laufend welche. Gibt's da Blaubeerkokost? Das wäre doch was interessant dann. Naja, jedenfalls, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich's fand, wenn ich ganz ehrlich bin. Eigentlich sollte man meinen, bei den Zutaten interessant, aber ich weiß es ehrlich nicht mehr. Da hatte ich immer ein klasse Video, auf einen Daumen nach oben, das ist schön. Und der Tokio meint, ohne Hose, ohne Alkohol, hm, 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 was, hm, naja, gut, gut. Das waren also die Videos. Äh, und jetzt gehen wir in die ehemals, also länger wie letztes Mal wird's. Schauen wir mal, wie lang. Ich geh mal in Reihenfolge des, äh, fast Reihenfolge des Eintreffens und ungefähr der Länge. Da, Düsi meint nämlich, wollen wir natürlich wieder den Quickie. Hey, gebrauchte Slips in Automaten in Japan gibt es nicht, den gab es nie. Das ist eine Urban Legend. In Laden kann man sowas natürlich kaufen. Aha, naja, gut. Ich mein, dann ist das halt auch nur halb, eine halbe Legende. Ich mein, der Knackpunkt, dass man was überhaupt kaufen kann, ist ja schon der Punkt. Ich weiß, gibt's das hier auch? Könnte sein? Oder irgendwelche Fetischläden? Mirum gehört. Vom Mario Film Trader war das sehr positiv überrascht und die französische Synchro von Mario ist am nächsten am Original dran. Kann ich nur sagen, das hilft mir aber nix, weil ich die dann nämlich nicht verstehe. Warum soll ich das auf Französisch dann schon ausgerechnet? Ich geh, naja. Schön, dass ihr euch heute nicht bleibt. Ihr werdet alle schön negativ, ja. Ich hab noch keinen Selbsttest gemacht, weil das bringt ja auch nix. Ich mein, fünf Tage Isolation und so weiter, blubber, blubber, lalala und so. Also ich hab schon normal, aber mal gucken. Morgen wollte ich immer in den Supermarkt und meine leeren Flaschen abgeben und dann mal schauen. Und beim Lidl gibt's, ist ja jetzt wieder American-Dingsens, da gibt's da wieder die Snackbox und da brauche ich eine, weil die Snackbox, die von McEnity, ist sehr lecker. Die mag ich gerne. Die esse ich immer wieder mal gerne. Die kommt auch oft genug wieder, dass man sich da nicht quasi Vorräte bunkern muss, weil man sonst nie wieder eine kriegt. Aber gut. Dann der Max schreibt, der Ereignis, äh, an Frage. Hallo Ulrich, er wünscht mir und meinen Eltern weiterhin gute Besserung. Danke. Wie gesagt, es geht schon voran ein bisschen. Er ist mit seinem Bruder in Holland, also Niederland. Es gibt einen Videospielhändler namens Game Over, wo Retro-Titel zum angenehmen Preis existieren. Und ihm, da hat er sich Castlevania Dracula X Chronicles für die PSP gekauft. Na dann viel Spaß mal damit. Der Taito 2 Egrid Mini, äh, Egrid 2, ja doch stimmt natürlich, wurde ausgetauscht. Nächste Woche kommt das Paket und er hofft, die Karten sind dabei. Nur den Bildschirm zu drehen lässt er vorerst. Naja gut, das ist, äh, würde ich mal, also ich würde es lieber gleich probieren, weil wenn es dann, ob es dann geht, sollte es ja auch. Ähm, das ist ja auch elementar bei dem Gerät. Das ist ja das Coole dran einfach. Ich meine, man kann die Sachen, jetzt müsste ich echt lügen, kann man die eigentlich auch? Ich müsste jetzt ernsthaft ausprobieren, was passiert, wenn man Horizontalspiel spielen will, wenn das Ding auf Vertikal steht. Andersrum geht es ja wahrscheinlich, weil es am Fernseher ja auch geht. Ähm, jedenfalls ist es halt das Coole. Ich bin mal, jetzt ist ja nur noch gute zwei Monate, super, bis die Erweiterung rauskommt. Die, die ich muss, zugeben muss, die ist eigentlich viel zu teuer für das, was drin ist, aber ich leiste sie mir trotzdem, basta. Frage, da ich Scorn ausführlich gespielt und habe und geschrieben habe, möchte er gerne von mir wissen, ob ich, was ich von HR GIGA das Werk so halte. Äh, es ist mir relativ wurscht. Ich meine, ich weiß, wie, was GIGA gemacht hat, wie die GIGA Sachen ausschauen, aber es ist jetzt kein, äh, Look, Design, Stil, Schaffenswerk, was mich jetzt in irgendeiner Form länger beschäftigt, wo ich sage, da möchte ich jetzt unbedingt ein Artbook von haben und alles super. Es hat, es hat eine Ausstrahlung, ganz offensichtlich, äh, die funktioniert auch ganz gut, wobei bei dem Spiel gab es auch noch irgendeine zweite Inspirationsquelle, irgendeinen mutmaßlich polnischen Namen, der mir nichts sagt. Ähm, ja, also es ist ganz interessant anzusehen, aber es ist jetzt für mich nichts, was mich irgendwo länger fesseln würde. Äh, und Scorn bin ich ganz ehrlich froh, dass ich es hinter mir habe, weil, äh, da waren zu viele, also spielerisch ist das einfach, kann man ja jetzt ja wunderbar nachlesen in der neuen Ausgabe, spielerisch ist das Ding einfach ein Walking-Simulator mit, mit tausend Macken, wenn man so will, die man alle verkraften kann, aber wer das Ding höher bewertet, der hat, äh, der hat ein Azi-Fazi-Fimmel, vielleicht, aber, äh, wobei die, die Ärgernisse, ich, wobei ich es lustig finde, bei vielen Leuten ärgern sich sehr über die Gefechte und alle sie, ja, aber die sind jetzt schon so, die, ja, verstehe ich, aber die sind, man soll ja auch nicht aggressiv spielen, wobei das stand in meinem Review-Guide, deswegen wusste ich es ja besser noch, aber das merkt man doch auch, die Rätsel sind so eine Geschichte und, äh, das Rumgerenne, die Orientierung und der Schluss vor allem, der regt mich, äh, der ist mir echt auf den Sack gegangen, weil der nicht einfach scheiße findet, ja, aber gut, aber es sieht halt wirklich gut aus, äh, und es hat halt einen Stil, wobei auch da Leute sagen, das sieht immer gleich, also das stimmt, also Abwechslung gibt's da keinen, da könnte man auch sagen, man sieht sich schon relativ schnell satt, aber, naja. Habe ich den Trailer zu Avatar 2 gesehen? Äh, ich glaube, so an mir vorbeirauschen lassen, ohne Ton oder so, weil ich hab Avatar damals gesehen und wurde unterhalten, aber es ist halt so gar nichts, wo jetzt auch ich sage, oh Gott, ich will wissen jetzt, wie süß, Alter, geht, das war so geil alles und die Charaktere sind so toll und das Charakterdesign von Avatar, mei, blaue Riesenschlümpfe, ne, ist jetzt nicht schlimm, aber es ist auch nichts, was mich in irgendeiner Form anmacht, aber, naja. Was sag ich zum neuen Trailer von Resident Evil 4, den Remake, der sieht sehr, sehr gut aus, äh, ich fand ein bisschen viel Knöpfchen hämmern, um sich aus Würgegriff befreien, das darf, muss nicht so viel bleiben, es hat, ich fand lustig, dass die, äh, oh Gott, wie heißt sie? Ich hab's vergessen, das Mädel halt, das hat doch im Original irgendwie so einen komischen orangenen Rollkragenpulli und dazu einen kurzen Rock an und jetzt hat sie einen Mantel und einen langen, langen Rock oder hohen Satzchen, ja, also das haben sie oft richtig geändert, ich meine, das war ja auch gar nicht, äh, wobei das Original-Outfit ja gar nicht auf, auf, äh, erotisch getrimmt war, aber es war halt irgendwie deplatziert für die Umgebung vielleicht, ähm, finde ich jetzt auch nicht schlimm, ich hab, ich hab mir was gedacht, ach, guck, da haben sie es geändert, nee, es sieht sehr interessant aus und Resident Evil 4 war ja auch das erste Riesi, was mich auch nur annähernd interessiert hat, weil es ja ein richtiges Spiel war mit richtiger, mit Grafiksprung und richtiger Steuerung statt diesem scheiß Panzer rumgeömmel von der ganzen Vorgänger, also ja, da bin ich ganz positiv aufgeschlossen, sind ja bloß noch, äh, fünf Monate, hä? Ja, schönes Wochenende wünscht ihr uns und bleibt alle gesund, danke, ich hoffe, ich werde beide gesund und das sagt der Max. So, dann geht's weiter. Nämlich den Dominik zuerst, dann nennen wir einen, hallo, guten Tag, ruhig und anhang, erstmal gute Besserung an Eltern und wenn mich jetzt auch Corona haben sollte, ja, hat's, wie gesagt, aber gucken mal. Er hat den Spaß ja schon zweimal, war auch nicht begeistert, wie war der Krankheitsverlauf, ja, wie anfangs gesagt, ähm, nicht weiter dramatisch, also ich hab, ich kann's schwer mit einer Grippe vergleichen, weil ich tatsächlich in meiner Erinnerung nie eine Grippe hatte bis dato, aber ich hab halt einen Schnupfen, der so ein bisschen mal so hier und her ein bisschen aufflammt und nicht, aber da hatte ich auch schon Schlimmere, deutlich, also deutlich Schlimmere im Sinn von, dass die Nase richtig gelaufen und dicht war und der Husten, mein Gott, und der, 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 der raue, raue Schmerzen der Hals, der war lästig, wie gesagt, wenn beim Schlucken in der Nacht jeden Schluckvorgang ein bisschen Schmerz, ist, ist, ist unangenehm, da hab ich dann auch zwei Nächte lang, bin ich jede Stunde aufgewacht mindestens, aber das, das lässt sich auch verkraften, also wenn das alles ist, dann bin ich damit auch jetzt nicht, zufrieden ist der falsche Ausdruck, aber dann, dann kann ich's verkraften, so, naja, meine Eltern haben's tatsächlich ähnlich, aber minus Hals, also es geht schon so einigermaßen ordentlich, ja, die neueste Auslage, auf, Ausgabe lag gestern, also am Teuerstag bereits wieder im Briefkasten, wie immer sehr gelungen, ja, danke, das Mortal Kombat Special war auch sehr interessant und informativ, damals war ein großer Fan der ersten drei Teile, danach war ihm das Gehauer einfach zu doof, ja, klar, wer Capcom und SNK Prügler in guten Umsetzungen hatte, wollte kein Mortal Kombat mehr, außer er wollte Gewalt und Splatter und alles, Lobmus in der Amiga Version von 1 und 2, die waren echt gut damals, da, die hab ich, glaube ich, gar nicht mehr mitbekommen, aber egal, im Gegensatz zu Street Fighter 2 Umsetzungen, nach jedem Fight des Kettewechsel, fehlende Musiktitel und Steuern mit Joystick waren sehr ungeil, ja, dieses Kettenwechsel, oh Gott, ja, oh Mann, ich bin sehr auf Street Fighter 6 gespannt, man hört ja nur Gutes davor, nun, dass es auch so einsteigerfreundlich und alles ist, nicht schlecht, auch der Japan Report war wieder erste Saune, Sahne, Daumen nach oben dafür, jupp, gebe ich so weiter, die Serie Stranger Things, darf er mir gerne empfehlen, es braucht erstmal eine Zeit, bis man im Arm wird, das habe ich gemerkt, deswegen hatte ich halt eben auch keinen Bock drauf, aber vielleicht probiere ich es nochmal irgendwann, er ist jetzt bei Staffel 3 und sehr angetan, die ersten Folgen konnten ihn auch nicht gleich begeistern, also nur Mut, es lohnt sich, ja, wie gesagt, mal gucken, mal schauen, vielleicht, wenn es mich mal wirklich wieder richtig reizt, aber, naja, Fragen, Konami macht ja schon immer wieder Spiele, können wir auf ein neues Metal Gear hoffen? Ne, ne, wie schlussig, anders schon, will man ein neues Metal Gear, wo nicht dieser irre Kojima irgendwie seinen Unsinn drin verzapfen kann? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, das, ja, ne, also ein straighter ist Metal Gear, wäre einfach kein Metal Gear mehr dann, aber jetzt machen sie erstmal eine Million, oder lassen man einige Millionen seinen Tilz, schauen wir halt mal. Welche Nintendo Konsole hat mich bis heute am meisten genervt? Ne, ähm, ja, hm, das ist eine gute Frage, also so richtig genervt, also ich habe tatsächlich, ich habe weder ein SNES noch ein NES besessen und auch ein Original Gameboy nicht, ähm, mei, beim N64, das, ich hatte eins mit, ein amerikanisches Grid mit umgebautem RGB, Skat Ausgangskabel, das aber nicht mehr so ganz wackelfest war, das war nicht ideal, aber ja, also, ah ja, die Controller von, äh, von N64 und Cube waren jetzt nicht so geil, und, und die Remote Gewackel, das nervt natürlich bei vielen Spielen, also, Wii U, naja, dieses Riesenklotzteil, ähm, aber wahrscheinlich, wenn ich, würde ich letzten Endes schon sagen, wie, weil halt viele Spiele durch dieses Zwangsgezappel einfach lästig geworden sind, kann ich mir so sagen, aber, ich meine, es gab auch Spiele, die super damit waren, weil jetzt jemand irgendwie, Traumateam war, ist jetzt irgendwo letztens auf, Traumateam war mein Grund, eine Wii zu importieren, ernsthaft, das wollte ich haben, äh, und es war super, es hat sich verkauft, null verkauft, dann gab es auch nie eine Europa-Version, und dann war es das mit dem Ganzen, schade drum, aber, mein Gott, was zum Henker, ich kriege hier eine Bloomberg, Blooming Business, Achso, das ist nicht Bloomberg, ich denke mal, was schickt man in Bloomberg für einen Scheiß, weil, oh, was ist das denn, oi, 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 achso, das ist ein, ne, das ist ein Pressemittag, sieht aus wie eine Werbung für einen Casino-Scheiß, ich weiß nicht, ob das, wenn das Absicht ist, dann halte ich es für sehr unklug, aber ne, das ist was zum Spiel, okay, wann kriegt man von denen direkt E-Mails, das ist ja schon ewig her, äh, spannend, nein, das ist nicht die ominöse Freitags-E-Mail, die, wie gesagt, in der Theorie bin ich gespannt, ob, eigentlich soll es ja hoffentlich ganz normal kommen, aber vielleicht auch nicht aus verschiedenen kryptischen Gründen, das muss ich abwarten, aber die Person, die die verschickt, die kann ich bei Discord anhauen, wenn wir alle Stücke reißen, dann kann ich es mal checken, aber normal, es geht es hoffentlich ganz normal weiter, schauen wir mal, ähm, wo war ich, genau, äh, ja, also ja, dann wie wohl, trage ich im Alltag wieder mehr Maske, und wie ist die Lage in Bayern, also ich trage genauso viel, also momentan die Woche war ich nicht draußen, mache ich, ich habe es nie geändert, ich habe halt, wenn ich einkaufen gehe, habe ich eine Maske auf, gehabt, jetzt bräuchte ich es ja erstmal nicht, die nächsten paar Monate, außer dieser neue Super-Strain, der die Immunität umgeht, aber, ja gut, dann ist es eh schon wurscht, Tatsache ist, äh, ja, ich komme ja sonst kaum wohin, also, aus eigenen Stücken, ich gehe ja auf keine Veranstaltung oder ins Kino oder so, und nur beim Einkaufen, da setze ich es halt auf, weil was soll's, natürlich soll das Brillenträger immer ätzen, weil dann die Brille beschlägt, das stimmt natürlich auch wieder, aber, hatte ich jetzt eigentlich nicht geändert, wie gesagt, jetzt könnte ich es mir ja anders überlegen, oder ich könnte auch mit einer Operationsmaske gehen, bin mal gespannt, ob sie es jetzt vielleicht doch wieder einführen, da, unser, unser Landesvater hat, gibt ja wieder so den großen Skeptiker, nein, alles einführen ist blöd, und das ist immer, nach dem Oktoberfest die Krankenhäuser wieder total voll sind, ist halt Zufall, so ungefähr, das, ach, ich hasse die alle, so wie die, wie die Pest, ähm, ja, und wie ist die Lage bei uns im Mai, also ich kann sagen, in der Zeitung, die Inzidenz im Landkreis hier war am Montag, Dienstag 1000, ja, und jetzt kann man natürlich überlegen, wie hoch sein wohl wirklich war, weil ja heutzutage nicht, längst nicht mehr jeder zum PCR-Test geht, oder überhaupt nicht, äh, ja, super, und ich habe auch nicht geguckt, wie es im Verhältnis zum Rest von Deutschland so ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei uns gerade, weil wir ja auch noch im nicht so arg weit entfernten Bereich von München sind, das Ganze sich natürlich ein bisschen stärker bemerkbar macht, meine, was soll man machen, ist halt leider so, aber jetzt im Winter werden wir es schon wieder hören überall, und dieses und jenes und tralala, so gesehen hat es mich jetzt genau rechtzeitig erwischt, wenn man so will, aber naja, könnte ich mich für den Job als LKW-Farbe gestern? Nein, überhaupt nicht, gar kein, null, null Bock, stundenlang rumzufahren und dann die Arbeitszeiten und sonst was, nee, kein bisschen, nee, null, wirklich null, ja, habe ich schon mal Tabak oder E-Zigaretten geraucht? Nein, mein Leben lang noch nicht eine Zigarette oder zigarettenartiges Dings dran gezogen, und ich meine, zu sagen, ich bin jetzt stolz drauf, irgendwie schon, aber mein Gott, ich meine, aber warum sollte ich, ich habe, es gibt keinen Grund, warum soll ich rauchen wollen oder es probieren wollen? Muss nicht sein, das ist auf jeden Fall nicht gesund, also ich habe, habe schon genug nicht ganz gesunde Laster, wie essen, trinken, faul sein, da brauche ich nicht nur Zigaretten draufhauen, schaue ich mir die jährliche Beach Bunny Miami Show an, wenn nicht, hier der Link, wird mir bestimmt gefallen, Swinkersmiley, dann schaue ich mal, was das so ist, 30 Sekunden Trailer, ach, eine Runway Show, okay, Swimwear, Runway Fashion Show, irgendwie mein, mein Browser spinnt auch gerade ein bisschen, warum lädt das nicht, äh, naja, wird das heute noch was hier? Jetzt auch, ne? Ach du, Moment, achso, der hat den Werbespot übersprungen, jetzt auch, ah, mei, es ist halt einfach ein Runway mit Beachwear, mei, das kann man sich ja anschauen, ne, also, ja, ne, ist mir jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, vom Moment einmal, das, Fullshow 4K, oh, wow, die hat aber ganz schöne Muskeln, gerade eben eine, oh, und da wappelt's was auf dem Rückweg, yes, leck mich am Arsch, naja, vielleicht wäre mal eine genauere Untersuchung noch, die ist jetzt wieder ein Hungerhaken, mehr so, hab ich genau beim, beim, beim schnellen Durchzoomen bin ich, oh, die hatten wir auch einen ordentlichen Feel hinten dran, eine der Wisch, die ein bisschen mehr auf dem, auf dem Rippen hat, wie die meisten Standard Models, ja, könnte man sicher anschauen, aber, man kann man bei solchen Sachen ja meistens, aber, bin jetzt nicht so, oh, oh, jetzt hab ich die Schlussgala, wo sie alle nochmal drum laufen, ja, mal, ja, sind schon ein paar ganz nette Ansichten dabei, ja, okay, wieder was gelernt, schöne Wochenende Grüße, danke Dominik, äh, Fotos, Frechheit, wer ist dieser billig geklaute Charakter eines Handyspiels? Lara Jones, Temple of Tickets, oh Jesus, ein, ein Billo, Lara mit, mit, mit Indie-Hut und Peitsche und, 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 und bauernabelfreiem, Ober, Oberteilweste, Igitt, Halloween, diese Leckerein gibt's beim Bäcker nebenan, und da hast du lustig, äh, so, so, Teigstreifchen in Form von abgetrennten Fingern, mit blutigem Fingernagel, das hat schon was, das ist gut gemacht auf jeden Fall, und ja, dieser Cremequark von Rewe schmeckt sehr echt gut, und mit 85 Cent auch noch recht günstig, kann er mir empfehlen, was ist denn das hier, ein, achso, der Ja-Kirsche-Creme, ein Quark-Gun, ja, kann man mal ausprobieren, aber, boah, aber ein halbes Kilo ist, boah, das ist scheiß billig, hä, aber ein halbes Kilo ist halt immer so viel, dann isst man mehr, also ich bin, wir haben jetzt momentan, das Zott ist unser, Quark-Joghurt unserer Wahl, das ist eine gute Portionierung, da ist eine Portion, dann, ja, ist man, ist man danach genährt, gefüllt, und man braucht nicht mehr, aber auch nicht weniger, also wenn ich so ein halbes Kilo Kübel vorgestellt habe, dann haue ich, dann esse ich wahrscheinlich am Stück mehr, wie mir gut tut, und dann, der Rest muss ja dann weg, bevor da schlecht wird, dann, ah, gefährlich, aber mal gucken, beim Trinken verschluckt, sehr gut, auch nicht gerade ideal, gut, aber ja, und dann noch der rotische Witz der Woche, da haben wir, zwei japanische, in eine japanische Gameshow, oder irgendwas, mit, mit jungen japanischen Menschen, wo ein, ein Bubi steht, mit, äh, mit latz, roter Latzhose, weißem T-Shirt, und weißer Cappy, verkehrt rum draufgesetzt, links eine, eine, eine bezopfte, japanische, geischer, ein Mädel, mit, äh, mit, mit zwei, äh, dick geflochtenen Zöpfen, mit, äh, ist das Bisasam, oder? Outfit, T-Shirt, und rechts eine Pikachu-Dame, wo der Pikachu ganz schön dicke Backen hat, auf dem T-Shirt, nicht schlecht, und unten hat man zwei Bilder, wo, zwei Bilder aus dem, aus dem Anime, wo, äh, oder aus der Zeitdrecksserie, wo gerade jemand die, die Backen von Pikachu knuddelt, hm, ich weiß nicht, wo hier der Zusammenhang sein soll, es ist ein bisschen kryptisch alles, aber ja, ja, danke sehr, schön, gut, und dann zum Finale, äh, Finale, natürlich der Dokio mit etwas mehr Bla, hallo Leute, endlich mal wieder eine normale, in Anführungszeichen, Woche ohne einen allgegenwärtigen Stress, dementsprechend wird diese Mail mal wieder etwas länger, der gute Dominik, er hofft, er war es auch, und er wechselt gar nicht, meinte er vorletztes Mal, dass er ein ungutes Gefühl hätte, momentan durch die Welt zu reisen, ich glaube, das war er, ja, er ist der Meinung, mittlerweile sollten wir an einem Punkt sein, wo man wieder halbwegs den gewohnten Gang, wie man ihn vor der Pandemie besteht, erreicht haben, naja, äh, würde ich jetzt aktuell, dank eigener Erlebnisse, jetzt nicht so unbedingt unterschreiben, äh, und vor allem jetzt auf dem Winterzuschwung gleich gar nicht, aber naja, man kann sich nicht jahrelang aus Angst einschränken und aus Vorsicht auf Lebensqualität, wozu Urlaub zählt, verzichten, nee, kann man schon, aber ja, wie gesagt, Urlaub, äh, ja gut, natürlich ist das Quatsch, die Pandemie für beendet zu erklären, so wie es die Amis tun, und eine gehörige Portion Vorsicht und Aufmerksamkeit ist alles andere als verkehrt, er denkt, wenn jeder etwas mehr Aufmerksamkeit bezüglich Abstand und weiterhin Maske trägt, wo es sinnvoll ist, und natürlich sich grundlegend impfen ließe, hätten wir auch kaum noch was zu befürchten, so, da hast du ja genau den Punkt, das ist ja nicht so, Abstand, Aufmerksamkeit, Anstand, Impfen, das ist, leider fällt es ja bei einem nicht unbeträchtigten Zahl unserer ganz mit, Einzelner, Mitbürger, Arschloch, Querdenker-Typen doch ordentlich schwer, oder aus, und das ist zum Kotzen, jetzt im Winter wird es sicher halt auch nicht besser werden, ja, und ja, infizieren kann man sich immer noch, und man wird auch krank, ich und meine Eltern sind ja momentan das beste Beispiel, aber es ist nichts Dramatisches, da hofft man bei uns, ja, war es nicht, aber es gibt ja auch Leute, die sich mehr, seht man, Dominik hat ja auch gesagt, beim zweiten Mal war es ätzender, kann halt passieren, und lässt sich gut verkraften, auch das hoffentlich, ja, aber man weiß es ja immer nicht so ganz, deswegen macht sie sich auch keine Sorgen, wenn er in einem fremden Land unterwegs ist, für den Ernstfall, wäre er versichert, sollte es zur ernstlichen Behandlung kommen, ja gut, das sollte man sowieso sein, wenn man ins Ausland reist, das ist ja klar, und die Gefahr im Urlaub, andere die Krankheit ist auch nicht ausgeschlossen, also nichts, wofür man sich jetzt aufgrund Pandemie fürchten müsste, ist ein bisschen was anders, finde ich nach wie vor, weil Corona ist halt doch, weiß nicht, und darf ich dann reisen, ich meine, das ist, wenn ich jetzt drei Tage vor Ende des Urlaubs krank wäre, wie komme ich dann heim so ungefähr, gut, das könnte bei anderen Sachen auch passieren, aber, aber nicht bei halt, wenn ich einen Schnupfen habe, wenn ich einen Schnupfen, da ist es, also anstrengend, und gerade im Urlaub ist es auch vorsichtig, wo er sich bewegt, allein schon bei der Meinung ist, Respekt als Gast in einem fremden Land ist ein Muss, gut, ja, in einem Land, wo die Leute halt auch Respekt haben, sagst du selber, fliegt man nach Amerika, da hilft dir das gar nichts, wenn du Respekt hast, und da ist per se auch keine Freude von Menschenansammlungen, ja gut, das ist halt, teilweise nicht zu verhindern, wenn man irgendwo hingeht, ich meine, wie soll ich in den Freizeitpark gehen, wenn ich sage, Menschenansammlungen wird schwierig, ist halt doof alles, nicht ideal, aber nachdem ich ja eh ein eher nicht reisender Mensch bin, ist es für mich natürlich auch nicht so wild, gut, Thomas Nickel ist auch nicht krank geworden, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, er hat zumindest nichts gesagt, also, aber gut, nach Japan ist er, wie gesagt, Japan und Asien ist er wieder nochmal ein bisschen anders, wobei mein Neffe, habe ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, der war auch in Korea, und danach ist er krank geworden, da müsste ich mal meine Eltern fragen, die haben mit ihm telefoniert, naja, egal, er spielt jetzt noch Demon's Souls, hat aber schon einen eher frustrieren Moment erwischt, er findet es nicht schwerwiegend, wenn ein Boss erstmal mit ihm den Boden aufwischt, und er seine Taktik und Schwächen lernen muss, dann versichert er es halt ein paar Mal, dann nehmen wir aber gleich, was ihn da gleich so ziemlich abturnt, in jedem Spiel, wenn man nicht gleich vom Boss wieder anfangen kann, und sich erstmal gefühlt, dass das ganze Level wieder schlagen muss, ja, schön, sowas, stimmt, für ihn eine Designentscheidung, die er null nachvollziehen kann, doch, ich schon, es soll ja Strafe sein, du sollst ja nicht belohnt werden, dass du da aufgesinnt, naja, wahrscheinlich nicht, oder so ein Scheiß halt, welchen Sinn erfüllt das erneute Absolvieren von Wegen, die er schon geschafft hat, Strafe, quälen, haha, fies sein, er ist nicht am Level gescheitert, sondern am Boss, trotzdem wird er bestraft, das hält er im Level nichts erreicht, ja, das ist auch ein Grund, warum er Roguelikes nicht abgewinnen kann, wenn er immer wieder etwas von einem Neuen beginnen muss, nervt ihn das einfach nur, ja, da gibt es auch, mei, Roguelike ist nicht Roguelike, aber ja, vor allem wenn es Prozedural sind, dann machst du ja das gleiche nicht nochmal so ungefähr, aber ja, klar, kenne ich schon auch, er möchte Fortschritt im Spiel erkennen, und wenn er aus eigener Schuld irgendwo versagt, möchte er sich die Stelle erneut angehen, nicht etwas, was er schon gemeistert hat, ja, der Fortschritt ist ja, dass du nicht mehr stirbst, ja, weil, wie gesagt, ich bin da auch, sehe ich schon auch, nicht unähnlich, deswegen spiele ich auch so Sachen eher selten, aber ja, na gut, aber viele Leute mögen es ja, Fragen, was, wie erwartet, kommt dann Silent Hill 2 Remake, meine Erwartungen, ähm, ich habe keine Erwartungen, weil ich tatsächlich Silent Hill 2 nicht gespielt habe, gut ausschauen sollte, es tut es ja wohl, das einzige Silent Hill, das ich gespielt habe, war die Wii-Neuauflage vom Ersten, deren Name mir jetzt entfallen ist, und das habe ich tatsächlich durchgespielt, das hat mir gefallen, trotz, trotz Wedelsteuerung, aber, ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht mal ein, ne, also, hab nicht so die große, also, bei Blubber Team habe ich eher große Sorgen, weil Blubber ist, ist, ich sag mal, leidlich kompetent, und, äh, die zwei, drei Sachen, also, Medium habe ich immer noch nicht gespielt, aber ich habe, äh, in einem Observer gespielt, und es war, ja, war okayisch, ja, aber ja, mal schauen, schaue ich eigentlich noch in Gran Turismo 7 rein, oder habe ich dem Spiel mit dem Spiel abgeschlossen? Ne, ich schaue ab und zu mal rein, wenn halt, also, aber tendenziell eher, wenn es halt mal Content-Updates gab, die mich interessieren, also, die drei neuen Autos, die jucken mich null, aber wenn eine neue Strecke reinkommt, oder neue, äh, neue Menübücher, die schaue ich mir schon mal an, aber es ist ja leider eher, ein bisschen Mangelware bis dato, das ist schon enttäuschend, also, streckenmäßig tut sich da schon sehr wenig, das ist übrigens bei Horizon 5 auch so jetzt, wobei ich jetzt eben zu meinem großen Ärger feststellen habe dürfen, dass ich bei vergangene Woche, bei Forza 1, äh, Jubiläumsfeiergedöns, übersehen habe, dass man einen Song noch hätte freischalten können in der Meisterschaft, und jetzt kann ich es nicht mehr, das ärgerliche, weil die Musik hätte ich gerne gehabt, die Autos sind mir im Regelfall recht egal, aber ein Musikstück, das wäre für die Mixtape-Radio-Station, das wäre super gewesen, aber leider verpeilt, doof, ich hoffe mal, ich kann es irgendwann mal noch nachholen, aber die Frage ist, ob das geht und wann, naja, egal, was ist meine Meinung zum DualSense Edge, besonders der Preis, überrascht oder zu, habe ich es erwartet, nnnnn, es hat mich schon überrascht, weil 240 ist völlig absurd viel, also, dass es ordentlich teuer ist, das hat mich jetzt nicht überrascht, und ich finde es völlig überteuert, also, ich finde die 60, 70, die normale kostet, das ist schon viel, und für ein paar so Ex und so, dieses ganze bescheuerte Extra-Wippen-Zeug, das kann ich eh nicht ab, das ist mir zu blöd, ähm, nö, aber ja, der Preis ist jenseits von gut und böse, ich meine, gibt sicher Leute, die es kaufen, da kann ich vier normale Controller fast kaufen, reicht doch, aber nee, also da halte ich nicht viel von, und mir ist das auch, an mir geht es vorbei, aber wer es zahlen soll, der soll es tun, sich aber hinten ja auch nicht beklagen, dass er es getan hat, aber, naja, gibt es eine Spielerei, die ich gerne mal angehen würde, aber aufgrund ihrer Anzahl an verfügbaren Spielen, unter enormen Spielzeit, keine Chance sehe, sie vernünftig zu spielen, Stichwort Zeit, wir hören mal, viele mutmaßlich, ich meine, Persona 4, wenn es jetzt im Januar rauskommt, wäre es schön, wenn ich die Zeit finden würde, diesmal richtig zu spielen, jetzt wo es nicht mehr auf der Vita gefangen ist, dann, aber wer weiß, die Final Fantasies diverse, hätte ich auch mal wieder durchaus Lust, aber auch da ist natürlich Einstieg, Zeit, Motivation dran zu bleiben, die Neuauflagen der Resi, also Resi 2, 3, jetzt dann 4, 7 und 8, wobei das vom Zeitaufwand her ja machbar wäre, aber da ist mir vielleicht eher ein bisschen zu stressig, Sonst so, My Dragon Quest, da würde ich, wenn ich meine Torayama-Abneigung überwenden könnte, wäre das vielleicht was, Dragon Quest, Bilders habe ich eine Weile gespielt, weil mich das mit dem ganzen Crafting, und Minecrafting hat ganz gut gepasst, obwohl ich auch nicht der größte Minecraft-Fan bin, ja, spontan werden es ein paar, viel mehr fällt mir jetzt gerade nicht so ein, aber war ja schon was, Reine ich eigentlich regelmäßig meine Konsolen und Zubehör? Nö, warum sollte ich das? Die Konsolen stehen im Regal, gut, die stauben vielleicht ein bisschen, aber auch relativ gut geschützt, Controller, Zubehör gibt es ja eigentlich nur Controller, die soll, die sind jetzt relativ resistent, also eine Fernbedienung vom Fernseher, die nimmt, die sammelt deutlich mehr Schmutz auf, wie ein Controller, für mein Empfinden, aber ja, vielleicht mal hier und da, also, aber nicht so wahnsinnig, was Problem ist, bei meinen Controllern, die anschmuddeln, weil jetzt, Stichwort DualShock 3 zum Beispiel, der war ja wirklich empfindlich war in der Hinsicht, wenn dann die Knüppel weich und gummig und klebrig werden, da kannst du nichts machen, ich wüsste nicht, wie man die reinigen soll, die sind halt einfach leider so, und das ist ziemlich nervig, ja, aber sonst so, nö, also tatsächlich eher nicht, aber, ja. Und übrigens ist es auch der Meinung, es wird bald mal Zeit für den T-Shirt-Wechsel, ich finde das nicht, aber wie gesagt, das ist jetzt eh momentan noch kein Thema, weil bis Jahresende ist das jetzt auf jeden Fall und wie es dann weitergeht, müssen wir eh erst mal abwarten. Momentan bin ich ganz entspannt, dass ich jetzt ein bisschen länger keine Daueraufnahmen mehr am Laufen haben können muss. Und was ist das hier? Irgendeine Call-of-Duty-E-Mail. Verpasst nicht die Chance, Elif zu hören. Die jüngste Voice of Germany Coach in Elif. Äh. Wer? Elif? Was juckt mich das? Das sind echt so Sachen, wo ich mir denke, was interessiert es mich? Das ist fast, schockierend ist der falsche Ausdruck, faszinierend, also verblüfft mich immer was, auch gerade bei Rundum Call-of-Duty, jeder Kack-Scheiß wird da irgendwie angeblieben, die sind, oh, eine deutsche Synchronstimme von irgendjemand. Äh. Nee, nee, echt nicht. Äh. Da jeder, der Call-of-Duty-Modern-Warfare-Digital 2 vorbestellt oder im Voraus gekauft hat, Early Access für die Kampagne spielt, das finde ich auch bizarr, jetzt kriegt man Early Access auf die Kampagne. Was? Naja gut, dieser ganze Early Access-Scheiß immer, das ist auch sowas. Ich meine, so arbeitsbedingt tangiert mich das ja eher weniger meistens, aber trotzdem, ich finde es so, naja. Und ich möchte glauben, wenn ich Geld für Spiele ausgeben müsste, ich würde nicht extra zahlen, damit ich drei Tage früher anfangen kann. Da müsste mir schon mehr geboten werden, als nur früher zugreifen. Aber naja, egal. Gut, im Endeffekt bin ich jetzt durch, glaube ich. Die ominöse E-Mail ist noch nicht gekommen, aber gut, es ist ja erst 19 Uhr irgendwas. Das wäre sehr früh, wenn man von amerikanischen Uhrzeiten ausgeht. Das kam schon vor, aber die letzte kam zum Beispiel erst um 23 Uhr. Schauen wir mal. Naja, egal. Allerdings habe ich heute eine Anfrage bekommen, die habe ich beantwortet und auch wieder noch keine Antwort. Das war auch ein bisschen doof. Muss mal abwarten. Ja, gut. Wie viel haben wir denn hier? Äh, 45 Minuten ungefähr. Das ist doch völlig ausreichend. Also, wieder wie gesagt, ähm, zwei Eatings, zwei Drinkings, ein Import-Report. Ähm, ja, und danach natürlich Material beistellt für das nächste Blah. Sie anfangen und, äh, YouTube oder Blah at H, äh, Blah mit H at Kerzspieler.de Jetzta. Bis heute 18 Uhr. Wetter ist gut und so, ja, äh, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Entspanntes Wochenende, gesundes Wochenende hoffentlich. Ich wünsche mir, dass mein Schnupfen, Husten jetzt dann vielleicht bald ganz weg ist, hoffentlich, und ich den, den Mörderartikel für die nächste Ausgabe, den ich noch, an dem ich gerade sitze, möglichst bald erledigt habe. Wer die Vorschau gesehen hat, kann sich schon auch denken, wenn ich es nicht eh schon erwähnt habe. Ähm, naja, das Blättervideo übrigens, ja, es hat ungefähr so gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber der Aufwand ist wirklich deutlich größer, wie sich einfach vor die Kamera aufkommt. Und das ist auch, warum ich hier so, das mache, wie ich es mache, und nicht hinten nachher nur sage, oh, ich muss jetzt Huster, Räusperer, Pausen rausschneiden, Himmel, Arsch, viel zu viel Aufwand. Vor allem für, in dem Fall, was passiert, bei dem Blättervideo weiß ich ja das, so Pi mal Daumen 300 Aufrufe kommen. Hier, weil sie ja das Pi mal Daumen 30 kommen, das lohnt nicht, ganz ehrlich. Also da, ja, ist ja auch egal. Passt schon. Jedenfalls, dann, ja, dann alles Gute für mich und für euch und bis nächste Woche dann und damit Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020